hallo meine lieben ich stelle euch heute meine geschopften ein paar geschopfte sachen vor manche sind deswegen privat deswegen möchte ich auch nichts dafür sagen weil ich habe auch fotos ausgedruckt von meinem besten freund weil ich habe halt meine anderen fotos mein ganzes foto album ist verschwunden drum am wichtigsten war mir die hand von meinem besten freund weil ich also ich zeige euch hier mal diesen wolf der ist so ein pappel ist ein sehr schöner wolf hat 590 gekostet in müller westpark war es ja seht ihr noch mal so ich finde den wolf der erinnert mich so ein bisschen an den film weiter was ich euch auch schon vorgestellt habe ich habe ja meine ganzen filme vorgestellt also der wolf ist richtig richtig schön aus einfach fotos ist der sehr sehr gut geeignet er soll nicht jetzt so abteuer ist er ja nicht oder so und also es ist ein sehr schöner wolf kann man das noch mal schön sehen der ist eigentlich keine neuheit ist es von 2010 als es ungefähr so eigentlich die gucke ist auch vom jahr 2010 und so und dann könnt ihr eigentlich diesen wolf hier könnt ihr noch online kaufen wenn er ihn noch beim müller findet oder in irgendeinem laden wo ihn halt noch kriegt müsst ihr halt schauen als selbst schon älter ich habe da ich weiß noch eigentlich wollte ich eigentlich war geplant ein pappel diesen tapihaski den den grau weißen nicht den schwarzen aber naja den katz hat nicht gegeben und da war ich halt ein bisschen bisschen traurig aber naja wolf ist ja auch sehr schön weil ich habe so schon noch mal einen wolf gesucht so sieht ihr hier nochmal schöner wolf mit gelben augen gut dann zeige ich euch mal meine nächste sache was ich da auch noch gekauft hat jetzt muss ich meine kamera ein bisschen hoch stellen könnte jetzt sein das ist jetzt der film ich lehne es auch nicht an den film kennt ihr nicht kennst du nicht oder kennt ihr den keine ahnung ihr könnt es mal gerne im kommentar schreiben ob ihr den film kennt also ich kann noch ein bisschen was über den film erzählen bisschen komödie und ein bisschen liebesgeschichte auf jeden fall ja ist eigentlich ganz normal typischer film von die musik ist von udo jürgens also kenne ich nicht ja eigentlich finde ich den film richtig lustig hat sie mir mal angeschaut auf einer apps kann man sich manchmal so verschiedene filme ansehen und dann kommt immer mal wieder die kommen noch mal wieder also monatlich glaubt jeden monat kommt dann immer wieder der film und ja das sind eigentlich meine geschockten sachen ich habe als das nicht viel gekauft der wolf und dieser film hier sieht das jetzt noch mal beides sind unscharf aber weil ich natürlich nicht so viel shoppen konnte ich habe auch irgendwie kleidung und kleinung was von best friends forever gesucht und dann habe ich nichts gefunden und ja dann habe ich halt dann habe ich als vor lauter shoppen ich habe ja auch am anfang als ich zum shoppen begangen sind wir mit unseren freundinnen zum new york gegangen habt da war ich aber total total niedergeschlagen zeit traurig wegen am besten vor und jetzt habe ich ja wieder bessere laune und ich bin sehr sehr gut also ich bin sehr gut drauf und ja wollte ich nur kurz sagen das sind meine geschockten sachen kein großer riesen shop wollte aber ich wollte mir schon fast eine cd kaufen die bravo hits oder von eiko eiko oder change love wollte ich mir eigentlich alles kaufen und ja und leider ist es halt irgendwie leider irgendwie nicht ganz so gefahren wie ich wollte ja die cd nicht unbedingt die cds war ja aber es ist ganz gut wenn man mal so sachen zeigt die man hat so geschöpft hat dvd oder oder wolf keine ahnung oder ein buch buch wollte ich eigentlich auch noch aber das hat mich jetzt eigentlich nicht so richtig vom boden weg gehauen weil es schon es kostet schon 15 euro und daher na ja und also das war es für den video zu meinen geschockten sachen haut rein leute